Deine Vocals sollen also endlich genauso gut klingen, wie die Vocals in deiner Lieblings-Playlist, richtig? Die Frage klingt ja erstmal gemein, denn das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass deine Vocals nicht so gut klingen, wie die in den Profi mixen. Und das, obwohl gerade diese Gold- und Platin-Pros uns doch in jedem zweiten Mix-Tutorial a la Mischen wie die Profis erzählen wollen, dass perfekte Vocals heutzutage auch in kleinen Studios ganz easy zu machen sind. Guck mal, hier nur so ein bisschen Kompressor und hier so ein bisschen Equalizer und zack, fertig. So einfach ist das. Von wegen. Aber um ehrlich zu sein, es gibt tatsächlich das eine fehlende Puzzleteil, mit dem du deine Vocals noch vor dem Mix auf das nächste Level heben kannst und anschließend ohne großes Plug-in-Gewitter perfekt in den Mix stellst. Genau eben wie diese Profi-Mischer. Mit Vocals meine ich natürlich Rap und Gesang, aber auch Podcasts oder Hörbücher profitieren davon massiv. Ich zeige dir gleich, was das ist und wie es geht, hier in deinem Recording-Blog. Gute Vocals aufzunehmen ist heutzutage eigentlich kein Ding mehr, oder? Audio-Interface, Mikro rein, Popfilter nicht vergessen. Etwas auf den Raum achten, damit die Vocals nach der Aufnahme trocken und nicht nach Tropfsteinhöhle klingen. Und fertig ist die ordentliche Aufnahme. Nur noch ganz leicht Kompression und ein bisschen Equalizer wie der Profi im letzten Tutorial. Und es ist doch immer das Gleiche, oder? Von wegen nur 3 bis 5 dB Kompression. Ein bisschen EQ und die Vocals sitzen perfekt auch im dichten Mix. Aber beim Profi klappt das doch. Also was machen wir falsch? Oder besser gesagt, was wissen wir noch nicht? Gibt es da ein fehlendes Puzzleteil? Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich relativ logisch. Und für den Weg, wie du das fehlende Puzzleteil dann im Mix einsetzt, gibt es mehrere Möglichkeiten von langsam bis schnell und von gratis bis kostet halt ein bisschen. Ich verrate dir auch gleich sofort, wie es geht. Also bleibt noch bitte bei mir. Aber zum besseren Verständnis schauen wir noch mal genauer hin, warum beim Profi tatsächlich 3 bis 5 dB Kompressionen ausreichen können. Bei unseren Aufnahmen aber nicht. Der Spezialist für den modernen Vocalsound Robin, a.k.a. San Crusoe, hat in einem Video neulich hier auf YouTube genau dieses fehlende Puzzleteil verraten. Und er hat mir erlaubt, dass ich es dir auch mit seinen Worten zeigen darf. Zum Beispiel bekommen viele Profis Vocals, die schon durch ein analoges Gerät vorkomprimiert sind und danach von den Assistenten mit Lautstärkeautomation bearbeitet wurde. Und klar brauchst du jetzt nur noch 4 bis 5 dB Kompression, damit das gut klingt. Das gleiche mit S-Lauten. Die werden oft schon, bevor der Mixing-Engineer die Spuren auf dem Tisch hat, händisch von den Assistenten so automatisiert, dass der Engineer gar nicht so viel dir essen muss. Aha, also nicht der Mix selbst, sondern die Vorbereitung ist der Schlüssel. Wo wir das jetzt wissen, ergeben sich für mich daraus 3 Lösungen, von denen zumindest 2 weitgehend bezahlbar und damit auch im kleinen Studio machbar sind. Aber fangen wir mal vorne an. Lösung Nummer 1. Ein kompetenter Mix-Assistent, der wie bei den Grammy-Mischern die Vocals für den Mix vorbereitet, alle dynamischen Unebenheiten ausgleicht, S-Laute, Atmer und Störgeräusche reduziert und dir die perfekte Basis für den Mix anliefert. Das kostet zwar pro Mix eine Stange Geld, wird aber wahrscheinlich gut. Okay, verstanden. Dann wohl Lösung 2. Bevor du den Vocal-Mix startest, nimmst du dir etwas Zeit und machst entweder per Lautstärke-Automation oder wie ich hier mit der Schere chirurgisch kleine Teile aus den Vocals, die du dann per Clip-Gain im Pegel aneinander angleichen kannst. Bei der Gelegenheit kannst du dann auch gleich noch S-Laut und Atmer mit absenken, sodass dann später im Mix Plugins wie De-Esser oder auch De-Breath nicht mehr zu hart arbeiten müssen. Vorteil kostet kein Geld. Nachteil kostet Zeit. Für mich bei einem dreiminütigen Popsong schon mal gerne zwischen 10 und 20 Minuten, was noch okay ist, aber damit wird dann auch direkt der größte Nachteil klar, denn Zeit ist tatsächlich ein seltenes Gut. Und spätestens, wenn du mit dieser Methode jede Woche einen 60-minütigen Podcast oder vielleicht noch schlimmer, ein langes Hörbuch mit mehreren Sprechern bearbeiten willst, wird klar, Lösung 2 geht, aber nicht wirklich gut. Also Lösung 3. Ein Leveler wie der Vocal Rider oder Gain Aim, den ich dir zu Recht vor ein paar Monaten für einen überschaubaren Preis vorgestellt habe. Der Leveler gleicht die meisten dynamischen Unebenheiten aus, sodass kein Wort mehr verloren geht oder zu laut herauspiekt. Der Kompressor muss also hinter dem Leveler im Idealfall tatsächlich nur noch 3-5 dB komprimieren. Vorteil, bezahlbar und sorgt für ein dynamisch gleichmäßigeres Ergebnis. Nachteil, reagiert immer nur auf das einkommende Signal, manchmal zu spät und erkennt keine Pausen, Esslaute oder zu lautes Einatmen. Aber genau dafür haben die Jungs von Noiseworks, also die Erfinder von Gain Aim, jetzt den Gain Aim Pro herausgebracht. Also die große Weiterentwicklung von Gain Aim und damit die Lösung 3.2.0. Beispielgefällig? Ich habe hier einen Song, wo ich im Prinzip die identischen Vocals vorliegen habe. Einmal mit meiner Bearbeitung obendrauf. Du siehst, per Clip-Gaining ist alles freigeschnitten und hier sind die einzelnen Lautstärken der Teile aneinander angepasst. Ich habe auch dazwischen kleine Crossfades gesetzt, falls mal ein Schnitt mitten in der Wellenform stattfindet. Und darunter die unbearbeitete Spur. Der Unterschied zwischen den beiden ist also eben, dass du hier siehst, dass hier die Dynamik deutlich größer ist zwischen den lauten und den leisen Teilen. Hier wieder ein lauter, da wieder ein leiser Teil. Und dieses, was ich jetzt hier oben händisch gemacht habe, soll Gain Aim Pro jetzt einfach mal von sich aus ausgleichen. Wir ziehen jetzt einfach mal drauf. Wir können mal hier gucken, was Gain Aim genau macht. Ich ziehe ihn drauf als Event-Effekt, also nicht als Plugin in den Insert, sondern als Event-Effekt. Und dann fängt Gain Aim direkt an zu rechnen, analysiert. Schon relativ zügig passiert. Und du siehst, dass jetzt hier schon direkt die erste Automationskurve schon reingeschrieben wurde. Und du siehst, dass hier kleine Absenkungen sind. Das ist ein S-Laut. Dann siehst du hier eine Absenkung. Das ist hier leicht ausgegraut. Das ist ein Atmer, der hier zum Beispiel abgesenkt wird. Der Rest wird hier im Prinzip schon per Lautstärke-Automation gefahren. Aber auf dieser Spur ist kein einziger Kompressor drauf. Es gibt verschiedene Einstellungen, die wir hier haben. Wir haben hier unten zum Beispiel die Haupteinstellung. Das ist Speed. Speed sagt im Prinzip, an wie viele verschiedenen einzelnen Stellen er misst und dann angleicht. Das heißt, wenn wir hier mal runterdrehen, dann wird er deutlich kleinteiliger im Leveln hier. Und mit einzelnen Punkten reagiert er dann schneller auf das Signal. Und wenn du etwas langsamer einstellst, dann wird es hier halt deutlich gemächlicher und grober. Ich gehe mal hier so auf so einen mittleren Wert dabei der ganzen Geschichte. Und dann haben wir hier oben das Interface bei der ganzen Geschichte, wo man dann halt einstellen kann. Erstmal den Modus. Zum einen Vocal und zum anderen Instrument. Bei Instrument bleibt dann nur Write und Gate übrig. Kann man auch mit rumspielen für Gitarren oder Bass zum Beispiel wunderbar zu gebrauchen. Bei Vocals dann entsprechend dann hier Write. Bei Write kann man einiges einstellen. Zum Beispiel, wie stark er hier zwischen den einzelnen Punkten absenken und anheben soll. Wenn du also nicht möchtest, dass er bis zu 32 dB anhebt, dann stellst du es einfach niedriger. Dann kannst du hier nochmal einstellen, ob er eher langsamer oder schneller reagieren soll. Also unten sind die einzelnen Punkte, wie er misst. Und oben kannst du dann nochmal einstellen hier mit Smooth, dass er langsamer oder schneller reagiert. Je nachdem, wie hektisch deine Vocals das brauchen. Dann kann man hier noch einstellen, auf welcher Basis er die Target-Lautness, also die Ziellautheit eigentlich einstellen soll. Du kannst ja hier zum Beispiel sagen, ich möchte die Target-Lautness zum Beispiel hier haben für meine Vocals bei, sagen wir mal, minus 19 L-O-F-S-I. Dann levelt er das Ganze dahin. Behält natürlich trotzdem bei, dass hier dieser Atmer abgesenkt wird, wie du hier siehst. Oder dass S-Laute oder Pausen abgesenkt werden. Hier zum Beispiel vom Noise-Gate an dieser Stelle leise gemacht wird. Das behält er alles bei. Levelt das aber gemessen auf die gesamte Strecke auf minus 19 L-O-F-S-I. Da kannst du sagen, okay, alles klar, bei der Berechnung dieser Lautheit kannst du dann noch verschiedene Methoden annehmen. Hier zum Beispiel DBA, B oder C. Das sind unterschiedliche Messmethoden, wie unser Ohr hört oder wie gemessen wird. Ich nehme mal DBA hier. So hört unser Ohr am ehesten. Und dann kann man daneben noch sagen, avoid clipping. Also True-Peaks werden tatsächlich vermieden, damit du eben nicht voll übersteuerst, wenn du ein bisschen Stärke anhebst oder einzelne Sachen rauspeaken. Siehst du also, relativ übersichtlich das Interface eigentlich bei der Geschichte. Und im nächsten Punkt kannst du dann einstellen, dass das Noise-Gate, wie es reagieren soll, ob es schneller oder langsamer schließen oder öffnen soll. Kannst du hier Close-Speed und Open-Speed einstellen. Dann kannst du sagen, wie lang eine Pause eigentlich wirklich ein Geräusch sein soll, bevor er wieder aufmacht. Also minimale Noise-Länge, also minimale Geräuschlänge. Und dann kannst du noch sagen, wie stark er eigentlich absenken soll hier an dieser Stelle. Mit diesem Regler hier kannst du sagen, okay, er soll vielleicht nur 24 dB absenken, damit vielleicht noch ein bisschen von den Einstreuungen auf dem Mikro draufbleibt oder eben komplett zumacht. Und dann Cut-Off, diese Linie hier sagt dann nochmal, ab wo genau gemessen wird. Das ist dann im Verhältnis zur eigentlichen Lautheit. Dann haben wir noch die Breath. Da wird dann eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, erfolgreich gemessen, wann geatmet wird. Das funktioniert also tatsächlich. Und dann wird hier eben abgesenkt im Verhältnis zur Target-Lautness. Wird dann abgesenkt, in diesem Fall jetzt um minus 12 dB. Wenn ich möchte, dass er mehr absenkt, gebe ich hier einfach minus 20 ein. Und du siehst, dass er sofort das umrechnet. Kostet auch keine Zeit oder CPU-Power. Denn wenn er einmal per ARA das Ganze eingelesen hat, dann ist tatsächlich die CPU-Power schon verbraucht. Die wird nicht mehr angefragt. Es wird ausschließlich nur noch diese Automationskurve geschrieben. Und deswegen ist das wirklich auch ein sehr, sehr CPU-sparsames Plug-In, was man hier nutzen kann. Einzig bei der einmaligen Analyse. Da braucht er ein bisschen mehr Zeit. Und dann kann man noch sagen, wie schnell er hier rein- und rausblenden soll, den Deep Breath. Das Gleiche gilt für Sibilance, also für S-Laute. Der DSer ist also eingebaut, ohne dass jetzt in einem bestimmten Frequenzband quasi komprimiert wird und das Signal irgendwie verbogen wird. Sondern hier wird tatsächlich ausschließlich per Lautstärke-Automation der S-Laut eben abgesenkt. So wie das die Profis eigentlich auch machen würden. Wenn sie nämlich eben nicht so starken DSer-Einsatz haben wollen, dann wird per Lautstärke-Automation oder per Clip-Gaining das S dann entsprechend abgesenkt. Und hier eben auch. Und du kannst halt bei den S-Lauten sagen, wir haben ja hier zum Beispiel, das müsste ein S-Laut sein hier an dieser Stelle. Wir sagen jetzt mal, der soll nicht um 6 dB absenken, sondern um 12 dB absenken. Ah ja, das war ja ein S-Laut zum Beispiel. Dann siehst du, das hier, dieser S-Laut wird jetzt hier um 12 dB abgesenkt. Oder eben alternativ nur um 6 dB. Verändert sich die Kurve wieder ein bisschen. Und dann werden die S-Laute ein bisschen mehr oder weniger abgesenkt. Auch hier kann man einstellen, wie schnell das Ganze hier passieren soll. Das Rein- und Rausblenden. Also du siehst ein sehr übersichtliches Interface, mit dem man zügig Ergebnisse erwarten kann. Und jetzt hören wir uns das Ganze einfach mal an. Und zwar in einem Extremtest. Ich werde jetzt einfach mal hier diesen Song abspielen. Und wie wir hier sehen, sind hier die Bearbeitungsketten identisch. Zwischen den linken Vocals mit Kompressor und meiner Vorbereitung. Und den rechten Vocals ohne Kompressor und nur mit Gain Aim Pro drauf. Wir gucken jetzt mal, wie sich die Vocals hier im dichten Rock-Mix tatsächlich schlagen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Denn wie gesagt, hier ist eine extreme Vorbereitung inklusive Kompressor drauf. Und hier ist nur Gain Aim Pro drauf, kein Kompressor. Und gerade diese Lautstärkeunterschiede hier zwischen lauten und leisen Teilen können wirklich kritisch werden. Auch beim Kompressor, den man dann hören würde, wenn der so stark arbeiten würde. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir hören zunächst einmal in die bearbeitete Spur mit Kompressor rein. Und dann in die Spur mit dem Gain Aim. Also, zunächst einmal hier der Song One Way Ride von der Band Syndicate 25. Übrigens der aktuelle Song zum Selbermischen im Premium-Bereich vom Recording-Blog. Wenn du also Bock hast, diesen Song auch mal selber zu mischen und auch bei einem Tutorial zu lernen, wie das Ganze geht. Dann lohnt es sich, Premium-Mitglied zu werden. Das aber nur am Rande. Das gibt eine ganze Menge mehr noch im Premium-Bereich. Aber das ist eins der Highlights diesem Monat. Auf jeden Fall dieser Song und 50 weitere Songs zum Selbermischen. Und ich könnte jetzt hier noch eine halbe Stunde weiter dozieren. Mache ich aber nicht, denn du wartest ja auf das Ergebnis vom Gain Aim Pro. Also, hören wir mal rein mit Kompressor und Bearbeitung und danach Gain Aim Pro. So, und jetzt schalte ich um auf Gain Aim Pro. Mal gucken, ob ich mit minus 19 LOFS Target Loudness das richtige Ergebnis gefunden habe. Da ist kein Kompressor drauf. Es ist ausschließlich Gain Aim Pro und der hält alles im Zaum. Und es klingt fast wie die bearbeitete Vision mit Kompressor. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gain Aim Pro von mir, Daumen hoch. Der Gain Aim Pro kostet zwar deutlich mehr als die kleine Version, aber erstens gibt es für 14 Tage eine unbeschränkte Probeversion zum Download. Zweitens findest du hier unten oder unter dem Video einen Rabattcode, mit dem du bei Gefallen satte 30% Spaß und drittens, und das ist für mich persönlich der größte Vorteil, konntest du dir noch nie günstiger Zeit erkaufen und gleichzeitig den Sound deiner Vocals professioneller gestalten. Und spätestens, wenn du mit Gain Aim Pro deinen ersten Podcast gelevelt, de-est und von zu lauten Atmern befreit hast, willst du auf dieses schlaue Werkzeug echt nicht mehr verzichten. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und für den Fall, dass du statt Geld eher Zeit übrig hast und Handarbeit einem Plugin vorziehst, findest du in diesem Video alles, was du dazu wissen musst. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und jassu! 5 bis 30 Uhr 6g 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 8g 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 Vielen Dank.